und damit ein herzliches hallöchen und willkommen zu einer infofolge für atlas keine angst ich bin nicht neu gestartet auf dem offiziellen server und alles geht von vorne los nein wir befinden uns hier endlich auf einem privaten server es ist soweit ja es ist soweit der erste private server ist bei mir an den start gegangen und wir können das jetzt erkunden und ich möchte ein wenig vorstellen wie man sich diese server erstellt was man dabei beachten muss und vor allen dingen natürlich wo ihr eure eigenen privaten atlas karten hosten könnt das ganze ist natürlich wieder bei unseren partnern von g portal sowie auch unsere server dort gehostet sind unsere community server alle dort beheimatet sind und sich pudel wohlfühlen so wird auch atlas dort beheimatet sein und es hat dort ein bisschen länger gedauert bis das dann alles lief so wie es soll es hat sich aber gelohnt zu warten wie ich behaupte das werden wir uns nämlich gleich anschauen es gibt nämlich bei g portal customized maps die also von den jungs dort vorbereitet wurden und alle biome drin haben alle ressourcen und somit dann nichts missen lassen und das ist halt schon mal ein sehr sehr geiles feature und da kann man dann auch mal ein bisschen länger für warten wie ich finde also sofern ihr auch bock habt dort einen server zu hosten server.korea gaming.de das ist eure adresse da findet ihr dann alle möglichkeiten von servern ob jetzt ark atlas oder dergleichen und könnt dann eben ein spiel dort eurer wahl hosten habt fünf prozent rabatt auf euren server lohnt sich also dann auch diesen link zu nehmen und ansonsten schauen wir uns jetzt mal an wie das ganze funktioniert und das schauen wir uns am besten anhand eines bildes an das ist jetzt nicht die ingame map sondern ich habe das aus dem portal tool raus screenshotted sozusagen das ist die map auf der wir uns hier befinden es gibt verschiedene größen an maps das ist die größte die es customized gibt das ist die vier mal vier map also vier mal vier quadrate mit jeweils eben diesen inseln auch aus auch atlas selbst das offizielle die offizielle map ist ja diese quadrate unterteilt und auch bei atlas bei den offiziellen servern ist es so dass eben jedes dieser quadrate einen server symbolisiert oder darstellt das heißt wenn man dann über die grenze dieses quadrates fährt dann kommt mir auch so einen kleinen nachlade ruckler das ist dann immer ein server wechsel und so ist das eben natürlich auch bei den privaten karten die man hier hat das heißt also bei vier mal vier großen karten heißt es auch ich brauche vier mal vier gleich 16 server das ganze funktioniert so dass man einen haupt server hat den man konfiguriert mit allen werten die man so möchte und wo man dann auch einstellungen vornehmen kann wie keine ahnung xp rate harvest rate man kann dann sagen ist das ein pvp server das passwort kann man natürlich setzen man kann auch so sachen einstellen da geht es dann schon mehr ins detail aber das ist sehr sehr wichtig auch ob an diesen free ports wie auf den offiziellen servern auch eine level grenze sein soll man kann ja auf den offiziellen servern nicht über level 8 rausgehen das kann man hier dann auf den privaten servern entweder deaktivieren oder anders konfigurieren und sagen man kann bis level 20 oder weiß der gar ja was am free port leveln das ist also jetzt eben so diese diese grobe technik dahinter das können wir uns auch noch mal anschauen wie das sich dann darstellt auf dem auf dem admin tool sozusagen wenn man in sein back end geht und die server verwaltet dann sieht man hier eben oben das atlas cluster ja das ist ganz oben und der 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 ober server wenn man so will und über den man das ganze konfiguriert und unten gibt es dann die 15 zu diesem einen server gehörigen expansionsserver so dass man insgesamt auf 16 kommt und diese expansionsserver übernehmen die settings von diesem hauptserver das ist im grunde genommen die technik dahinter und hier sehen wir dann eben auch dass jeder dieser server dieser expansionsserver und der hauptserver selbst auch einem quadrat auf der map zugeordnet ist so dass man also auch wenn jetzt mal ein quadrat ausfällt gezielt sagen könnte okay statt diesen einen server jetzt neu oder da gibt es probleme ich statt den server neu dann muss man nicht dieses gesamte cluster unter umständen neu starten sondern diese einzelnen ecken der map man kann dann auch sagen in zukunft das ist noch geplant das ist noch nicht drin aber das ist eines der nächsten features die kommen sollen und die auch sehr wichtig sind man kann später auch sagen man erstellt eigene maps dazu gibt es bereits einen map editor von den atlas entwicklern von crape shot und der sieht so vor dass man teils vorgefertigte inseln nehmen kann und diese in der größe auch variieren kann und auf der map platzieren kann so kann man sich dann auch maps erstellen die mehr landmasse beispielsweise haben die oder mehr 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 haben oder was auch immer wie ihr diese maps und der gleichen gestalten wollt und dann könnt ihr euch eure eigenen biome eure eigenen settings dort erstellen das ist wie gesagt noch in der mache soll hoffentlich bald kommen und ist natürlich ein wichtiges feature für alle die private server hosten wollen man sieht aber bereits ich bilder ich bild das noch mal ein ja ich blende das noch mal ein das bild man sieht aber bereits auch auf dieser map das relativ viel landmasse vorhanden ist teilweise in der mittel so ein bisschen ein loch aber ist ja vielleicht auch ganz interessant ansonsten haben wir aber auch viele kleine inseln aber auch größere also es ist schon ganz ordentlich was zu entdecken und wie gesagt alle biome drin alle ressourcen wir sehen das oben ist das eis stark vertreten unten rechts haben wir viel wüste natürlich haben wir auch die tropen und die gemäßigten zonen und dergleichen also alles dabei und vor allen dingen auch die großen bösen gegner beim rumflattern testweisen rumflattern auf der map habe ich schon mal zyklop feuer elementare und dergleichen entdecken dürfen wir sind jetzt hier ich werde jetzt einfach noch mal so ein bisschen rumfliegen und dann noch erklären was ich plane an an künftigen aktivitäten auf community-servern und dergleichen wir sind jetzt hier ganz unten es gibt vier fünf schuldigung es gibt fünf freeport fünf freeports auf dieser viermal vier map und die sind wie ihr seht hier verteilt jede jedes quadrat wo was aufgedeckt ist hat mindestens einen freeport und die anderen sind entsprechend frei zu entdecken und befahrbar da werden heute nicht vorstoßen die will ich nicht spoilern da will ich nicht hingehen aber da habt ihr dann selbst ein bisschen was zu entdecken wir gehen jetzt mal bei c3 wo wir sind und fliegen einfach mal gern westen und schauen uns das dort mal an sekunde kurz anpeilen wo der westen ist manchmal manchmal kann man diesen diesen kompass so scheiße lesen da lang dürfte westen sein und dann machen wir das mal ich möchte nicht darüber reden ich sollte natürlich fly an machen vorher äh cheat fly wunderbar jetzt fliegt man nach westen so ähm derweil gibt es noch einen ganz wichtigen punkt für die server jeder dieser erweiterungsserver die man dazu nimmt um so eine map wie diese zu realisieren braucht wenigstens zehn slots so was nun erstmal so klingt wie neuer zehn slots ist natürlich heftig im endeffekt wenn man eine große map erstellen will wir brauchen also für diese vier mal vier gleich 16 server insgesamt 160 slots minimum um diese karte um eine karte dieser größe hier betreiben zu können 160 slots das ist ein paar batzen geld für die meisten wahrscheinlich auch zu viel geld ist allerdings auch so dass mit vier mal vier man kann ungefähr rechnen wenn man einmal quer durch ein quadrat reisen möchte dass man pi mal daumen ein bis zwei stunden je nach wind benötigt um das eben zu schaffen das heißt um einmal über die ganze map zu fahren bräuchte man vier mal ein bis zwei stunden also zwischen vier und acht stunden reine segelzeit das ist also schon relativ große map wir hören bereits geschlangen und dergleichen ich fliege hier einfach drüber das ist jetzt eh nebel ja natürlich wie immer wenn ich euch was zeigen möchte und der der hauptnachteil das hauptproblem ist hier sehen wir bereits dass die pois auch vertreten sind hier ist so eine tempelanlage und bei diesen tempelanlagen sollten eigentlich auch böse böse gegner sein hier sind so arg flugsaurier so peteranodons möchte man fast sagen ja ähnlichkeiten zu arg sind natürlich rein zufällig ähm hier haben wir feuer elementare am start oh ich bin ich habe keinen gott mode oh ich hab noch kein gott mode anlasst mich lasst mich cheat god cheat infinite so jetzt können wir weitermachen ähm also das hauptproblem ist mit den zehn slots da nochmal drauf zurück zu kommen jeder jedes quadrat wie gesagt repräsentiert einen server und damit ist in jedem quadrat auch die spielerzahl die maximal dort vertreten sein können auf eben diese slot anzahl des servers begrenzt das heißt wenn ich jeden jeden server zehn slots habe insgesamt 160 auf diesem gesamtkonstrukt sozusagen auf diesem gesamt auf dieser karte dann hat jedes einzelne quadrat maximal zehn spieler und das ist natürlich ruckzuck voll wenn dort ein eine eine company siedelt äh und dann noch eine reinfahren will dann könnte es unter umständen schon voll sein und das ist schwachsinn aber das ist jetzt nichts was gportal verbockt oder dergleichen sondern das ist halt einfach dieses äh die technische der technische hintergrund äh von von atlas so funktioniert halt eben atlas äh dass es diese ähm diese diesen zusammenschluss einzelner server eben hat und dadurch nur diese riesen map realisiert wird das ist schade und das macht bei privaten servern halt entsprechend probleme jetzt ist natürlich die möglichkeit wie gesagt dass diese map die ist sehr groß wie ich es gerade gesagt habe segelt man vier bis acht stunden einmal quer drüber ähm insofern kann man auch kleinere maps nutzen und da hat ja eben gportal auch das gemacht dass man ähm sich äh eine 1x1 große map mit allen ressourcen holen kann genauso wie man sich eine 1x2 eine 3x3 oder eine 2x2 große map nehmen kann und dann hat man natürlich entsprechend nur äh ja 1 2 4 9 äh server am start und nicht so viele slots nicht so viele kosten oder könnte mit entsprechend vielen slots auf einer map von 4x4 äh dann eben auch 40 slots pro das gibt es nicht was für einen nebel jetzt ist es so typisch ähm 40 slots pro kartenteil äh entsprechend einrichten ach jetzt sehe ich auch endlich mal kristall ähm ja also das ist noch so ein punkt den ich noch bedenken muss bei unserem privaten server den wir dann an start bringen werden und dort hoffentlich dann bald eine schöne pve map drauf äh zocken werden äh werde ich mir das ganze eben so irgendwie muss ich mal schauen zurecht machen dass wir eine ausreichend große map haben aber eben auch ausreichend äh ausreichende slot anzahl haben um nicht äh ja um nicht äh dort vor probleme zu kommen wenn der eine den anderen angreifen will und der server sagt ne ich bin voll ja das das ist halt dann noch so ein bisschen das problem gerade bei pvp bei pve könnte man jetzt mal sagen ja okay komm ist es erstmal egal ich hoffe einfach dass später die performance von atlas noch besser wird und es dann möglich ist mit derselben rechenpower momentan steckt halt einfach dahinter dass man diese rechenpower benötigt um nur 10 slots eben auf so einer karte zu realisieren und ich hoffe dass das später möglich wird mit weniger rechenpower mehr slots zu realisieren so dass wir dann sagen können ähm man äh man kann eine größere karte also man kann was das was heute äh 2 mal 2 ist vielleicht dann später auf einem auf einem server mit einer größeren karte verbinden und mit entsprechend viel slots versehen ja also momentan sind einfach noch die die kartenabschnitte zu klein die einen server benötigen wenn man so will und wenn das mal später mehr besser wird die performance besser wird dann äh dann wäre das glaube ich für private server enorm wichtig ein alpha huhn es ist ja sensationell ein alpha huhn dass wir das noch mal sehen durften wusste ich gar nicht dass es das gibt herrlich ich töte mich jetzt mal nicht jetzt bin ja ich bin ja im gott mode ähm ähm und äh dann dann bauen wir nochmal woanders und schauen uns dort das biom an ähm wo können wir mal hin wir können mal nach a3 zum beispiel so change home server a3 schauen wir uns dort noch ein bisschen um ähm ja also das ist noch jetzt eben so die problematik natürlich irgendwo zum einen der kostenpunkt zum anderen eben äh wie gut lässt sie es umsetzen und ich glaube es ist dann besser man nimmt eine 2x2 map also keine zu große haut die dann mit ordentlich slots voll und äh macht dann dort eben ein geregeltes pvp setting ich glaube das ist sinnvoller als jetzt auf teufel komm raus unbedingt eine große map haben zu wollen es sei denn man sagt mir ist das egal community ist groß genug hier schmeißt jeder einen 10er in die kasse und dann können wir uns auch einen 320 slot oder 480 slot oder weiß der geier was leisten und so eine 16x16 map mit jeweils 30 slots pro äh quadrat uns leisten das ist natürlich äh auch möglich bei entsprechend großen communities aber insgesamt äh glaube ich macht sinn ähm lieber eine kleine schöne map später dann vielleicht auch eine customized map zu machen auch schön große outpost hier also freeport sehr geil schön dieser festungsanlage das gefällt mir sehr das gefällt mir richtig kann leider nicht langsamer fliegen das ist äh bisschen schade der flug ist extrem schnell gemacht auf dieser map schick schick das gefällt mir richtig gut so da drüben ist noch eine insel dann fliegen wir da nochmal hin ja kurve kratzen und tempo aufnehmen ja und insofern äh wir werden schauen dass wir ähm den server an start kriegen ich bin da jetzt noch am basteln und überlegen was für ein setting ich nehme entweder ein 3x3 mit 180 slot das bin ich noch überlegen oder tatsächlich ein 2x2 mit 160 slots äh so dass wir dann 40 pro äh pro map haben ähm momentan tendiere ich fast zu diesem 2x2 dann ist es zwar relativ klein aber äh dafür prallt man dann vielleicht auch relativ häufig aufeinander da müssen wir mal gucken und ansonsten ähm ja ansonsten bin ich natürlich für vorschläge sehr offen also da könnt ihr gerne mal in die kommentare hauen was ihr für ein setting euch wünschen würdet ob pvp überhaupt das gewünschte ist pvp haben wir ja momentan im let's play und in den live streams immer donnerstags wird es atlas live streams momentan geben ist die planung zumindest so ähm dort werden wir dann auf dem community server nicht auf dem offiziellen server unterwegs sein zusammen aber mit der community mit den randlatten dort die übrigens mittlerweile aus allen nähten platzen ja mittlerweile sind so viele von euch dazugekommen was unglaublich ist ähm ähm so dass wir auch wie cool war sehr geil sehr sehr geil das gefällt mir momentan da muss ich jetzt hier habe ich doch den screen für die folge sauer sauer ähm sind so viele von euch mittlerweile dazugekommen zu den zu den randlatten auf dem offiziellen pvp server dass wir jetzt echte platzprobleme haben aber äh wir wir expandieren ja und falls jemand noch irgendwo land hat wo er sagt das bringe ich ein nach bescheid ja sagt bescheid und dann sind wir da natürlich sehr sehr dankbar für und werden dort dann auch die randlatten ansiedeln also das ist das was auf dem offiziellen server passiert dort immer donnerstags im live stream und ab und an natürlich auch auf youtube wenn ich mal wieder was vorzustellen habe was cooles gebaut und gemacht wurde und ansonsten werde ich versuchen dass wir auf dem auf youtube häufiger was vom 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 privaten server hier sehen wo wir dann eventuell ein kleines pvp setting und dergleichen machen und uns dort mal versuchen das ganze ist noch ein bisschen experimentell natürlich und wir müssen erst mal schauen was für ein was für einen rahmen wir uns uns dort geben und was für settings wir machen müssen im sinne von server konfigurationen und wie viele leute und überhaupt das alles ist also noch in der planung alle informationen dazu wird es auf dem discord geben discord.gg.coer und dort findet ihr natürlich auch alle informationen zu den randlatten auf den offiziellen servern das soweit jetzt zu den privaten servern die ihr euch machen könnt ich hoffe die folge war für euch informativ wenn ihr fragen habt haut unten in die kommentare wenn ihr vorschläge habt haut ebenfalls unten in die kommentare und ansonsten euren eigenen server gibt es wie gesagt bei g portal unter server.coer gaming.de und dann habt ihr eben die fünf prozent rabatt die ja bei der großen slot anzahl die unter umständen ihr möglich ist durchaus dann auch was ausmachen also ich wünsche euch ganz viel spaß beim selbst erstellen beim erkunden dieser map das war jetzt nur ein ganz ganz kleiner ausschnitt den wir hier gesehen haben und das hier gefällt mir schon richtig gut ganz tolle ganz tolle insel toller free port nice echt schick also ich hoffe es hat euch gefallen bin gespannt auf eure kommentare wir sehen uns dann entweder am donnerstag im live stream oder hier auf youtube natürlich in den folgen vom offiziellen server vorerst wieder da will ich noch so einiges vorstellen was gebaut wurde und was gemacht wurde und die insel der randlatten weiter erkunden bis dahin macht's gut und ciao